Jo Leute, es war's Gerb und Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, wir spielen irgendwie mit dem Start. Ja, hallo, kann man mich hören? Keine Ahnung. Wenn ja, dann werde ich jetzt mal ein bisschen was talken. Und zwar, Markus, was willst du denn hier jetzt genau machen? Singleplayer, obwohl ich wahrscheinlich sterben werde. Okay. Also das Projekt, hier auf ein Handy Singleplayer zu zocken, ist aus, falls ich sterbe. Wenn du stirbst. Es gibt bereits auf unserem Kanal ein Minecraft Singleplayer LP. Aber das wird auf dem Computer gemacht. Da hat sich Markus dann einfach gedacht, komm, ich will mich einfach an den Erfolg da dran knüpfen. Und mach das jetzt auch auf dem Handy. Ja, ich fäll hier schon ein paar Bäume. Wie lange willst du denn? So. Also die erste Folge wird jetzt nicht allzu lang. Wie lange willst du ungefähr eine Folge machen? Äh, ich? Ja. So. Keine Ahnung. Mach ich mir hier eine Workbang. Oder? Machen wir das mal so. Da vorne sind schon gleich Tiere, die du töten kannst. Äh, ich brauch Steckel. Ja, mach dir erstmal ein Schwert. Ja. Ein schönes Holzschwert meinst du? Und dann auch eine Spitzhacke. Eine Axt für Bäume füllen. Spitzhacke kannst du dir dann nachher craften. Warte, ich hab glaub ich ja noch. Warte, warte. Wenn ich wieder ein Baum fäll, dann mach ich wieder Stecker. Und dann kann ich wieder eine Axt machen. Oh, da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf. Den lassen wir mal in Ruhe. Komm. Mit ein bisschen Spannung in dem Let's Play Minecraft Singleplayer Handy. Nein, nein, nein. Die erste Folge muss chillig werden, weil sonst... Nee, nee. Kannst du den Wolf töten? Mit dem geringen Equip, das du hast. Kannst du den Wolf töten? Glaub nicht. Ja, dann ist das Projekt nach der ersten Runde. Nach der ersten Folge vorbei. Stecker. Was ist der Ziel des Projekts bei dir? Bei mir? Das Ziel des Projekts. Ja. Viele Folgen durchzuhalten. Und irgendwann mal Diamanten zu haben. Da hinten ist auch gleich schon eine Kuh. Da kann ich mir vielleicht mal schöne Leder... Verzauberte Fuldia, sagen wir mal, ist dein Ziel. Die Kuh kann ich hier gleich schon mal... Und ein tolles Holz. Und ein tolles Holz. Ja. Habe ich gleich schon... Schade... Schade Leder. Leder habe ich keines bekommen. Aber ich habe Essen bekommen. Und ein Seppling. Seppling, den hatte ich davor schon mal. Achso. Den habe ich vor, bevor ich die Kugel gequält habe, aufgelöst. Also ich bin nicht der Beste. Jetzt sch... Komm her Schwein. Wir haben ja auch gerade noch eine knackige Runde Survival Games aufgenommen. Das Schwein hat aber viel durchgehalten. Ich habe nichts gegeben. Ja, da gab es... Oh, eine Kuhfamilie. Und da gab es eine kleine Überraschung. Jawohl, Leder. Gibt es auch Leder? Nö. Das ist ein Baby. Aber trotzdem mal rumbringen. Hahaha. Wo ist das hin? Henker. Oh, da ist noch eine Kuh. Ja klar, das Baby war ja auch eine Kuh. Ey Junge, was macht die Kuh da? Vielleicht solltest du jetzt erst mal nach Stein graben und in den Ofen graben. Ich muss jetzt die Kuh noch finden. Wo ist die hin? Hey, wo ist die Kuh hin? So ist kein Mensch. Hör mal auf. Ach Scheiße. Wenn die nicht da ist. Da. Da hat sie sie geklickt. Alter, hätt ich... Wie viel hältst der denn aus? Ja, Leder, Leder. Wie viel Leder hab ich denn jetzt schon? Drei. Das reicht mir nicht mal für Schuhe. Aber fast. Eigentlich noch eine Kuh. Aber ich muss mich jetzt mal nach Stein graben. Erstmal noch ein bisschen Holz hier. Holz? Für eine 6 Minuten Folge. Jetzt nochmal zwei, drei Bäume fällen und dann nochmal nach Stein graben. Für den Ofen, oder? Ja. Und dann war es auch eigentlich schon für die erste Folge. Viel mehr hat eigentlich ein Computer in der ersten Folge auch nicht gemacht, oder? Keine Ahnung, wie viel Tere gepackt hat in der ersten Folge. Ich hab sie mir zwar angeguckt, aber... Sie hat sich noch Steinschwert umzurüsten gemacht. Ich will jetzt hier nicht großartig rumspoilern. Wer es nicht gesehen hat, der sollte sich einfach das andere Singleplayer Projekt auch angucken. Und ja. Also am besten jetzt hier nicht rumspoilern. Okay. Ein Baum wäre gequält. Machen wir noch den hier, oder? Und dann craftest du noch solche Sachen wie Holz, Hacke, Stein, Hacke, Steinschwert, Steinschwert. Ich brauche aber Stein. Ja. Und Feld solltest du dir dann auch bauen. Feld bauen wäre auch nicht schlecht. Jetzt habe ich hier 19 Holz. Aber ich habe hier keinen Stein. Ja, dann grab dich runter. Oh Gott. Dafür bin ich auch vielleicht nicht so. Egal. Geht trotzdem schnell. Ja, nicht gerade nach unten bauen. Regel Nummer eins. Ich kann das nicht. Das wissen wir doch. Aber du wirst, glaube ich, schon sehr bald auf Stein treffen. Ich hoffe jetzt. Jawoll. Hier geht es eigentlich jetzt runter. Perfekt. Stein. Stein. Ja. Okay, dann nimm mal alles mit, was du jetzt hier so tragen kannst. Ich tue jetzt mal an den Seiten so. Mach das. Warte, hier geht es schon weiter, oder? Ja, wenn du die Steine abbauen kannst. Ich muss ja noch ein paar Steine lassen. Du brauchst ein bisschen was. Dann wird diese Folge halt jetzt mal länger. Mhm. Das ist die erste. Sorry dafür. Oder? Ja, es ist oben noch hell. Nice one. Wie bist du denn jetzt? Ja, ich guck gleich. Jetzt guck ich mal. Jetzt geh ich mal hoch. Zehn. Zehn. Okay. Ich tue mal hier die. Okay, crop den Ofen. Den Rest solltest du am nächsten Part dann machen. Hey, ich könnte mir ein Schwert auch noch mit dem Zehn. Ja, dann mach das jetzt. Guck. Ofen. Zapp. Und da ist noch das Schwert. Ein gutes Schwert. In den Ofen stell ich auch gleich mal. Dann kannst du dir schon mal irgendwas mit deinen Holzsachen machen. Nein. Ja, ich muss den neben die Werkbank stellen. Lass ich jetzt? Jetzt ist gut. Ähm, dann nehm ich mir hier gleich den Stein schwer. Ja. Ja, und dann draht schon mal Essen. Jupp. Ja, am besten alle. Dann draht es mit irgendeinem, dann draht es mit dem Holzspitze. Ne, mit dem. Okay. Ja. Wart man das noch ab, oder? Na ja, cool. Jetzt zum kurzen Fahrt, bis das alles ging. Ja. Bis gleich. Ja, hier sind wir wieder zurück. Hallo. Wir haben jetzt ein bisschen gebraten. Ja, komm. Setz das andere Fleisch auch noch rein. Ja, stimmt. Kann man mal machen. Also nochmal ein kurzer Cut. Ne, das sind nur zu weh. Scheiß doch drauf. Hallo, was war das jetzt? Scheiße, es wird dunkel. Oder ne? Ne, kam mir nur so vor. Ich hab Essen, oder? Yeah. Aber welchen Spielmodus hast du eigentlich? Du hast noch nicht sehr viel Essen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Aber das Gute ist, ich hab Essen. Okay. 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 Okay, okay. Was willst du dann im nächsten Part machen? Im nächsten Part werden wir versuchen... Den Wolf zu töten. Nein, werden wir versuchen, nach Eisen zu finden. Eisen zu finden. Ja. Also das war's mit der heutigen Folge. Wenn's euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und jetzt wird's hier auch schon direkt dunkel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.